Hier du, Bildungsdornse, nicht nur schlund, 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 abseh davon, geht's ja noch gar nicht los, du. Die Kriege, du, hab ich gefragt, das war heute früher ja, alle Sklave, alles war eine Sache, keine Menschen, die haben keine Rechte, die haben dem Herr und Meister gehört, gell. Und dann sagen wir, hm, hm, das sollte man wieder einführen. Warum? Wir machen das ganze Land dicht, ja, das Pack wird versklavt und dann haben wir das Problem mit dem Euro vom Tisch. Aus den Kriegen täte man alle eine Sache machen, die werden alle versklavt und man hat keine Probleme mehr mit der Pflegestufe, ja. Man hat keine Probleme mit den, äh, wie heißt es, die immer Marihuana rauchen und den Schulbus mit den Mongols fahren. Zivildienstleistende, genau. Und die ganze Vorstandsvorsitzende und Topmanager, die müssen das auch nicht mehr ihre polnische Putzfrauen verstecken. Aufwendig. Und wenn jetzt einer daherkommt und sagt, ah, da haben wir ja gar nicht mehr zum Kriegen ins Grüne gegangen, so ein Scheißdreck, das waren doch eh alles Türke und Italiener. Wir machen Griechenland dicht. Gott sei Dank, dass es mich gibt.